Wieso sind Sie heute Nacht unterwegs? Ich verteidige den Laden hier, weil meinem Boss gestern seine Purge-Versicherung gekündigt wurde. Ja, darum könnten Sie sich kümmern, Senatorin. Die Versicherungen verarschen die arbeitende Bevölkerung. Ja? Wie ist Ihr Name, Kumpel? Wissen Sie was, Mr. Secret Service-Mann? Sie sollten meinem schwarzen Arsch tanken, statt mich hier auszufragen. Sein Name ist Joe Dixon. Mr. Joe Dixon, habe ich Sie beleidigt? Ja, Mann, ich finde schon. Ihre Gefühle interessieren mich. Ein williges Respekt. Wir müssen jetzt alle mal ruhig sein. Bitte. Sehen Sie. Oh, Scheiße! Wer zur Hölle ist das denn? Die Irren, von denen ich Ihnen erzählt habe. Das ist die Purge-Nacht. Was haben Sie erwartet?